In einem Seniorenwohnheim in Baden-Baden sollen die Senioren ihre Wohnungen verlassen, haben die Kündigung bekommen, damit dort Flüchtlinge einziehen können. Ihr habt richtig gehört. In zahlreichen der bereits leer gestandenen Wohnungen dort sind bereits Flüchtlinge jetzt untergebracht. Jetzt soll es aber auch noch an die Bewohner der restlichen Wohnungen gehen, dass die dort ausziehen und andere einziehen. Und das hat nämlich einen ganz brisanten Grund. Wir gucken uns das Ganze genau an. Moin zusammen, ich bin Olli. Wenn du kritischen Content magst, bist du hier genau richtig. Und wir sehen das hier beispielsweise bei badentv.com, wurde im guten Videobericht darüber berichtet. Ich verlinke euch sowas immer unterhalb des Videos. Das könnt ihr euch angucken. Hier heißt es Räume für Senioren und Geflüchtete. Heim für betreutes Wohnen am Limit, heißt es hier. Und ich glaube, wir müssen erstmal so ein bisschen die Rahmenbedingungen klären. Was ist das eigentlich ganz genau mit so einem Seniorenwohnen? Und bei uns in der Region beispielsweise, habe ich mal geguckt, gibt es beispielsweise den Seniorenpark Carpe Diem. So, und da seht ihr, es gibt es jetzt hier bei mir Raum Leverkusen, Düsseldorf, Köln und so weiter. Ganz viele, aber vereinzelt auch ein paar anderen Standorten in Deutschland. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier Aachen angucken, sehen wir jetzt, das ist dann so ein Wohnkomplex. Da sind verschiedene Wohnungen drin. Die sind halt speziell altersgerecht ausgerüstet. Sprich, dass man beispielsweise auch, wenn man es hat, mit dem Rollator oder zur Toilette gehen kann, mit dem Rollstuhl und alles perfekt darauf ausgerichtet. Also wirklich eine gute Idee, ein gutes Konzept. Und das sind dann hier beispielsweise in einem Standort Aachen 91 stationäre Pflegeplätze, inklusive drei eingetreuter, sowie zwei feste Kurzpflege. Hier 28 betreute Wohnungen gibt es dann auch noch für die, die noch ein bisschen fitter sind und so weiter. Das Konzept läuft folgendermaßen weiter ab. Ich habe mich nämlich als Investor, als selbstständiger Unternehmer, der ich bin, auch gerade in diesem Jahr mal darum bemüht, da zu informieren. So etwas nennt man Pflegeimmobilie. Das heißt, ich könnte jetzt hingehen oder auch jeder von euch und sagt, ich möchte eine solche Pflegeimmobilie kaufen. Die kostet dann, je nachdem, wo die ist, welche Größe sie hat, sagen wir einfach mal 200.000 Euro. Und dann vermietet man diese Wohnung. Diese Wohnung vermietet man aber als Besitzer der Wohnung nicht an einen Rentner selbst, sondern an eine Gesellschaft, wie beispielsweise hier, das der Fall ist, dieses Carpe Diem oder halt andere. In Baden-Baden ist das die SBB. Und die SBB mietet den gesamten Gebäudekomplex und vermietet dann wiederum an die verschiedenen Rentner. Ganz einfach. Ein ganz gutes Prinzip, finde ich persönlich gar nicht mal so schlecht. Jetzt aber wiederum sollen diese Mietverträge, die bestehen, aufgelöst werden. 34 Räumungsaufforderungen sind in dieser Woche beim Schwarzwald Wohnstift eingegangen. Die betroffenen Bewohner werden aufgefordert, ihre Wohnung bis zum 27. November diesen Jahres zu räumen. Ich gucke jetzt gerade hier auf den Kalender. Das sind gerade mal noch zwei bis drei Wochen. Ja, Brustmahlzeit. Wo wollen die denn dann jetzt so schnell hin und irgendwo etwas anderes finden, wo sie wohnen können? Sag mal, Leute, also was hier gerade passiert, ist wirklich mal wieder der absolute Wahnsinn. Aber das ist ja eigentlich im besten Deutschland, das es jemals gegeben hat, auch gar nichts Neues. Denn ich erinnere gerne zurück an Anfang des Jahres, Januar, Februar, März, habe ich zahlreiche Videos darüber bereits gemacht. Da gab es nämlich zwei solcher Vorkommnisse. Wir erinnern uns einmal an den Seniorenstift in Berlin. Miete. Berliner Altenheim in Aufruhr. Bewohner landen plötzlich wegen Flüchtlingen auf der Straße. Und das hat es ja dementsprechend schon gegeben. Hundertzellen Bewohner des in Berlin-Weddingen gelegten Altenpflegeheims Wohnen- und Pflegeschillerpark landen auf der Straße. Stattdessen sollen Flüchtlinge in dem Gebäude untergebracht werden. Warum? Durch die vielen Zuschüsse soll der Betrieb eines Flüchtlingsheims finanziell attraktiver sein. Nachdem 40 Mieter aus Lörrach, das gucken wir uns gleich nochmal an, auch schon rausgeflogen sind, das war ja die andere Situation, das ich gerade angesprochen hatte, nämlich die zweite. Erinnert euch gerne daran zurück, ebenfalls Anfang des Jahres kam das Ganze raus. In Lörrach, unten in Baden-Württemberg gab es das bereits, dass dort nämlich in zahlreichen, also diesen Häusern hier, nämlich die Mieter in der Wölblindstraße, so hieß es, genau hier unten steht es auch, Liegenschaft Wölblindstraße 21 bis 29 in Lörrach, raus mussten aus ihren Wohnungen und dann andere eingezogen sind. Und im besten Deutschland, das es jemals gegeben hat, läuft das offensichtlich so, dass der betagte deutsche oder auch der normale deutsche Mieter einfach nicht mehr willkommen ist, dort zu mieten. Denn es wird durch den Staat und die verschiedenen Kommunen und Regierungen und so weiter dann halt irgendwie attraktiver gestaltet. Wenn es denn heißt, vermiete ich jetzt an einen Rentner für, ich sage jetzt mal einen Betrag, 500 Euro die Wohnung im Monat, oder vermiete ich die an die Stadt, die sie wiederum an irgendjemand Bedürftigen dann vergibt, und in der Regel dann einen Asylanten, der hier ein Bleiberecht hat oder aber auch nicht, da gibt es ja verschiedenste Szenarien, aber bekommt von der Stadt vielleicht 700 oder gar 800 oder 900 Euro. Und da ist es doch nur rein logisch, aus reiner finanziellen Sicht, da kann man ja keinem einen Vorwurf machen, dass der sagt, ja natürlich, wenn ich da deutlich mehr Geld bekomme, dann werde ich das natürlich machen. Das ist doch ganz klar. Interessant ist auch von einer Angestellten da noch ein Statement zu sehen. Und dann sagt sie nämlich hier, sie wurde gezwungen, leerstehende Wohnungen an die Asylbewerber zu vermieten und eben nicht mehr an die Rentner, heißt es hier. Und das geht, oder die Basis dafür, darauf geht das zurück, da gab es nämlich von den Besitzern, deswegen habe ich das ja gerade am Anfang des Videos auch gerade so geschildert, wie sich das gestaltet, das ist wie eine Wohnungseigentümergemeinschaft. So jetzt zum Beispiel bei 90 Wohnungen sind das dann halt von mir aus 50, vielleicht auch 90 verschiedene Besitzer der Wohnung und dann sitzt man da auf einer gemeinsamen Veranstaltung, Wohnungseigentümergesellschaft ist da in der Regel ja dahinter und dann wird abgestimmt, machen wir dies, machen wir jenes, machen wir die Fenster neu, machen wir jetzt hier eine Sanierung mit Wärmepumpe und so weiter. Und dort wurde nämlich eben ein Mehrheitsbeschluss der Eigentümer beschlossen bei einer der letzten Sitzungen, nämlich mit denen die SBW im Mietverhältnis steht und laut Anwalt von den betroffenen Rentnern ist der Mietvertrag, aber auch der Beschluss der Wohnungseigentümergesellschaft, nämlich eben an Flüchtlinge zu verhindern, ist nicht mehr an Rentner, gesetzeswidrig. Und das ist ein ganz, ganz interessantes Ding. Der Anwalt der Gegenpartei, also der Besitzer, sagt aber hier, nee, das ist alles rechtens, alles in Ordnung. 117 zu 6 Stimmen gab es nämlich dafür, die dafür gestimmt haben, dass man jetzt so vorgeht, wie aktuell vorgegangen wird. Interessant dazu ist aber auch, dass die Stadt selber von dieser Räumungsaufforderung nichts weiß. Heißt es nämlich, Zitat, bereits am Freitag hatte diese Redaktion um ein persönliches Gespräch zum Thema mit Urwärmeister Dietmar Späth, parteilos, gebeten oder dem zuständigen Dezernenten Roland Kaiser von den Grünen. Dazu kam es bislang nicht. Der OB und der Dezernat seien beide im Urlaub, sagte Stadtspressesprecher Sertel. Und lediglich eine kurze schriftliche Stellungnahme der Verwaltung hat die Redaktion erreicht. Darin heißt es, gegen die Anmietung gäbe es nach der rechtlichen Prüfung grundsätzlich keine Einwände. Bei der Miete würde marktübliche Mietpreise nicht übertroffen, heißt es offiziell. Von den Räumungsaufforderungen weiß man im Rathaus offenbar nichts. Eine Entmietung der bestehenden Bewohnerschaft erfolgt nicht, heißt es hier. Komisch, dass die Betroffenen da etwas anderes sagen und der Redaktion hier auch dieses Schreiben wohl vorliegt. Ein Schelm bei Böses dabei denkt, dass wir hier unterschiedlich bewertet werden als Bürger. Aber nochmal, wir haben das Anfang des Jahres doch schon gesehen, in Lorach und in Berlin. Und das waren ja nur zwei Sachen, die groß und bekannt geworden sind. Baden-Baden könnte jetzt sein, dass das ebenfalls nochmal groß und bekannt wird. Danke an den Hinweisgeber in den Kommentaren. Aber vielleicht auch nicht. Und vielleicht gab es das in kleineren Bereichen, in kleineren Städten und ähnliches, wo nur regional darüber berichtet wurde, wie jetzt hier ebenfalls bei BNN, dem badischen Neuesten Nachrichten und nicht medial auf der großen Titelseite von verschiedenen Zeitungen, ebenfalls schon mehrfach vorgekommen. Kann ich mir gut vorstellen. Schreibt eure Meinung rein, abonniert den Kanal unbedingt, wenn ihr neu seid. Ich halte euch im Laufenden, wenn es hier was Neues gibt. Danke, bis zum nächsten und ciao.